Hallo liebe Freunde hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Dieses mal sind wir in der Kriegsfimmelschluft aka Warzong Gulch. Warzong Gulch? Ach keine Ahnung. Ist ja mal Warzong. Ja gucken wir mal. Oh da muss ich auch hier hochziehen. Habe ich schon bei ihm was getan gemacht. Ungewollt verendet. So jetzt stimmt das auch. Ja Warzong Flaggen BG. Und die Map wieder anmachen. Oh wie sieht das heute aus. Das letzte war ja nicht so doll. Die haben wir da ständig nicht von der Stelle bekommen. Aber trotzdem noch verloren. Knapp. Gar nicht mal so schlecht verloren. Die Gegner sind jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber auch nicht so extrem OP. Äh. Over. Ich lach mich tot und so ne. Oh oh. Entschuldigung. Oh Gott oh Gott oh Gott. Schon wieder müde. Was haben wir denn da alles? Na pass schon. Ja bei mir hat sich so nix geändert. Alles beim alten. Kommen wir ja so weit in die Schlacht gehen. Mal buffen hier alles. Genau. Jetzt sind wir mittlerweile auch neun. Die alle sind voll. Genau. Zehn neun. Einer fehlt noch. Ja. Hoffentlich wird das mal ein bisschen besser. Achja. Ich hab echt. Ich hab in Ashrad und RBG überhaupt keinen Drop-Plug. Es gibt ja noch Offset-Items. Also in dem Fall Gürtel, Schuhe oder sowas zum Beispiel. Ähm. Da warte ich ja immer noch drauf, dass ich entsprechend die Items bekomme, die mir noch fehlen. Aber ich krieg sie einfach nicht. Gestern zum Beispiel. Was hab ich da gekriegt? War das ne Hose? Hose, Handschuhe, Gürtel. Ach keine Ahnung. Irgendwas hab ich gestern gekriegt, was ich schon hatte. Ich bin auch noch Mano. Es ist jedes Mal das Gleiche. Aber gut. Was will man machen? Ist halt random, ne? Ist halt Zufall. Da kann man nix machen. Das ist aber sehr mutig. So. Da ist der Chammy. Genau. Danke für den Speed. Der ist nochmal kaputt. Da ist der Mage. Der blinzelt schon mal. Gibt's den Richtspruch drauf. Hast dein Slow. Du wirst jetzt runtergezimmert. Deep Freeze, dann geh mal raus. Machen wir Wall an. Machen wir auch. Gibt's dann nochmal. Ach, der hat ja scheiße zu spät gesehen. Aber wir müssen gleich wieder auf den Mage. Ach, fick dich. Jetzt muss ich babbeln. Drecksack. Arschloch. Guck mal. Du bist es mir wert, dass ich dir dahinter jetzt... Wahrscheinlich wird das mal Todesurteil sein. First Blood. Ach, da kommt. Doch nicht. Danke für die Leute hinten dran. Das war klasse. Es hätte auch sein, dass sie abhauen. Haben sie aber nicht. Gut so. Schangedön. Näherzett. Äh, sehr nett. So. Ne, fahren wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ist da überhaupt einer durch? Vielleicht. Da ist niemand. Da ist niemand. Ne, da ist niemand. Oh ja, komm. Totem sich kaputt machen. Stun. Noch ein Totem. Der Shami selber. Den können wir hochziehen. Blocken. Ach ja, ich liebe Multiswax. Multiswax ist eigentlich ein geiler Stat. Auch wenn er eben für manche, meine Sachen, irgendwo overpowered ist. Aber... Na ja. Ist ja nur ein Proc und nicht zwei. Zwei wäre extrem heftig. So wie im PvE. Das wäre extrem überregend. Frostmauer hier würden sich zum Beispiel freuen oder der Elementarschermann. Boah, was die für einen Schaden machen würden, kriegst du. Du kriegst einen Stun. Nö, 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 nö. Du spinnst wohl. Nö, 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 nö. Und der Mage war. Und der Mage war. Du bist langsam gemacht. Jetzt komm ich natürlich nicht hinterher. Ist unmöglich. Oh Mage, geh nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Die Freize was aus. Jetzt ist ein Hammer. Ah, du feige Drecksau. Machen wir dann Pad um. Ist mir auch egal. Jetzt wird jetzt dein Pad kaputt. Jetzt ist ein Stun. Ja, du hast schon einen. Jetzt ist ein Storm. Da ist ein Halbricht. Da ist ein Down. Da kriegt etwas. Du hast einen Inline. Ah, das ist nett. Gut. Das ist ein Hammer hier. Zeig. Den können wir hochziehen. Rope steht weh. Rope. Jetzt ist der Down. Da kann es mal laufen. Das war mal kaputt. Der war auch kaputt. Gut. Wollah. Entschuldigung. Das war keine Absicht. Da ist mir irgendwie in die Maus durchgegangen. Wenn ich nochmal hier geht es Freedom. Ach scheiß, das war schlecht. Stun-Main einfach. Lauf, 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 lauf. Just walk. Ah, komm ich nicht raus. Ne, komm ich nicht raus. Der ist auch glaube ich total nicht wert gewesen. Gar nicht so mitbekommen. Nur mitbekommen, dass wir beide irgendwie die Flagge haben. Ja komm, jetzt ziehen wir mal den Priester mal um. Ich bin dran. Stunnen. So. Und jetzt bist du fertig. Da ist ein Schamane. Nein, ein Schock. Boah, hab er den nicht gekriegt. Schade. Oh, jetzt ist der durch. Kacke. Ah, da ist er. Jetzt haben sie noch mal abgegriffen. Die Flagge abgegriffen, ja. Oder die eigene und so. Killing Spree. Mage. Da brauche ich hinterher. Die Leute mal heilen. Eine Mon kann sich eigentlich selber heilen. So, da ist ein Schamane wieder. Die Krieger. Aber die erstmal. Geht's gleich mal richtig los. Das ist eine Feral. Hat der Krieger nicht viel zu lachen. Ja, hat gar nichts zu lachen. Der Shabby auch nicht. Der Schamane. Der Schamane. Der Schamane. 4. Geh mal raus. Brawl an. Das würde sogar nichts mehr so tolles. Boah, was ist denn los? Rampage. 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 Aber irgendwie hat's dann doch geholfen. Ich hätte dem... Ich hab ja noch Hand auflegen sehe ich. Ich hab's etwas spät gesehen, aber ich hätte ihm... dem Ding noch den Arsch irgendwie retten können. Auf der anderen Seite. Der Heiler hätte dann wahrscheinlich gelebt. Ja, es ist halt... Den kann ich mal auch noch nehmen. Ja, manchmal ist's halt, ne? Manchmal ist man ein bisschen Ego. Manchmal ist es gewollt. Manchmal ungewollt. Ist ja nicht immer so. So. Machen wir den Krieger wieder weg. Ja, der hat den keine Chance. Es ist schön, wie er nicht vorankommt mit Boost. Beim Schurken ist das ja nicht so. Der kommt ja oft genug voran. Der braucht... Der klingt ja richtig in die Fresse. Wo ist denn der da? Da ist er. Hier... Den holen wir uns noch. Was hab ich tun? Nein, haben wir nicht geholt. Scheiße. Das bringt ja auch nix. Geh physisch an. Jetzt sind wir wieder da und jetzt... Oh, was war denn? Und den noch. Ich hab ja gestern einen Arschlangen gemacht. Und da richtig durchgezogen. Also, heilmäßig. Ich hab... was hab ich gemacht? Ich hab über eine Stunde drin. 48 Millionen Schalen und 23 Millionen Heal. Und das nicht auf mich die ganze Zeit. Boah. Ja. Gieß der Weg bis dann. Richtspruch. Ja, immer so zwischen offensiv, defensiv gewechselt. Immer vorne drin, wenn man Heal bekommen hat. Dann wird er zurückgezogen. Die Leute geheilt. Immer mal ein Richturteil gemacht. Ja, da haben wir gewonnen. Ja, ordentlich. Ja, genau. Ja, genau. Ja, immer mal Richturteil gemacht. Ein, zwei Mal. Heil gemacht aufgebaut. Heals rausgehauen. Prox genutzt. Lichtblitze gespammt und so Geschichten. Das war schon... war geil. Also, so stelle ich mir das eigentlich irgendwie auch vor. Was jetzt nur in dem Falle fehlt, ist irgendwie, dass du... Dass man als... 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 Als Supporter. Also, Hybrid in dem Falle. Dass man da, ähm... Wirklich dann für den Support, den man liefert, irgendwie Buffs bekommen. Das wär cool. Aber gut. Ähm... Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in den Kommentaren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.